Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen. Wir haben vier Jahre. Vier Jahre! Gebraucht dieses Virus zu bekämpfen und weitere vier, um uns zu bekämpfen. Es war Chaos! Aber ihr, ihr alle wisst, womit wir es zu tun haben. Ich muss mit Caesar sprechen! Und ich will, dass ihr wisst, dass es hier nicht nur um Macht geht. Es geht darum, uns die Hoffnung zu geben, dass wir die Welt wieder aufbauen, die wir verloren haben.